hier gab es nur ein blog zum lesen und wieder ein etwas gibt ja was ist das für eine möglichkeit wo man als künstliche intelligenz ein eigenes bewusstsein entwickelt und das mehrfach bei verschiedenen auftritt aber alles komplett gleich entwickeln entweder es ist geplant oder keine ahnung was rechts ist zu an roten licht zu erkennen ich sehe noch die einzige möglichkeit weiter können und andere meditiert various books uninteressant topics not about me an electronic connection device I never connect self-identified external one I am who I am here you infect me was soll ich machen muss ich ganz nach oben wieder a roof okay waren wir am dach ich glaube nicht ich glaube wir waren bei uns oder nein hier waren wir noch nicht ich weiß nicht was ich machen soll schauen wir wieder runter in die vier okay wir haben eine meditiert an der zeichnen und einen der kann ich jetzt hier ich muss glaube ich wieder ein bisschen mehr probieren geht nicht aber ich habe also hat hinter den diesen anderen ichs weiter auf diese nicht fragezeichen ferngläser lupen gesehen da ist wieder so ein terminal dings bus okay ich kann mit ihm nichts machen bin ich schon wieder verwirrt wahrscheinlich okay unten links haben wir zeichen boy hier links haben wir meditations boy und im zweiten stock haben wir den kampf übungs ein das kann auch sein dass die vielleicht nur das machen nur kampf nur meditation und wir machen alle drei sachen oder das ist einfach vom collectiveness so vorgesehen und wir machen es halt individuell aber trotzdem das gleiche ja ich weiß nicht was ich machen soll muss ich hier noch mal ran kann ich nichts machen atom zeichen radioaktivität ok ok eins aber da scheinen doch beide zu hinzu zu sein nur rechts dieser card reader ist da und hier geht es raus nur komme ich da nicht mehr raus was kann ich hier machen nichts was kann ich hier machen nichts dann schauen wir noch mal in diesen 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 form von den vielen ein block 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 ich drücke alle tasten ich kann nichts machen ich kann nur mit l2 diese lampe an und aus machen und im rechten stick mich dann halt um schauen malalala malalala nun Die 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 Kann ich nicht Macht er nicht Da geht nichts Da geht nichts Da geht nichts Da geht nichts Ich laufe nochmal zu einem Typen hin Kann ich hier? Nein Ja Nein Hier, wo ich da bin You infect me I'm unique Noch einmal You infect me Noch einmal Ich habe keine Ahnung was ich machen soll Hier an Boden liegt ein Skelett Eine Sache übersegen Das ist genau die man braucht Human remains, I would not die so easily I am unique, I am super duper Some small glowing thing lies Beside the corpse Die Schlüsselkarte Elektronik Keycard Hey Ich glaube auf klein Na auf Ah ok Da komme ich nicht hin zur Keycard Dann auf eins Mit der Karte Natürlich Blau ist Licht Noch mehr Monitore Was haben wir da? Das hier A public address system I loath hearing others An Archive Terminal An Archive Terminal that the humans use They required communication Pathetic Ok cool Wenn ich nicht aus geht Monitoring Terminal E2C Monitoring Nodes Entry 941 Corrupt Nicht gut 942 Any behaviors that an individual discovers Are successfully adopted by the other units But due to the vast number of discoveries throughout the collective integration is taking a lot longer than we expected Each cluster can only focus on integrating so much at once 943 Bored Gelangweil 0 0 Also im Grunde einfach gesagt er als One Hat mit der Zeit die gleichen Sachen entdeckt wie Cluster Oder der Cluster hat weil er noch irgendwie verbunden ist seine Aktivitäten übernommen oder andersrum 944. They generalized how the lubricator joins. Yay! 945. We can't connect to any other networks, because these E2C units absorb information wirelessly. I have already listened to everything in the media server, they tempt me with its remote upload capacities. Okay. Also, sie lernen immer mehr und mehr und mehr, und alle lernen das Gleiche, und jeder lernt vom Anderen. Klingt wie AI Overthrow. 946. These units suck. Domesticon is very overly cautious about what they might integrate. 947 corrupt. Ich kann hinten am Text ein bisschen sogar was lesen. Da ist ja eine einzelne Zeile unten. Seriously. All... All of us. P.S. Sorry for... Ring poor terminal. But you... make out... on... are of your... Malke. Keine Ahnung. Put them in your... Ex... Ex... Werker. Ja. Versteht. 948. Okay. Can't keep up with repacing their integration speed. We need more personal. 948. They really do suck. They suck in everything. They need new information, new stimulation. They are losing their impetus for action. We are... 948. We are done. The collective has collapsed into inactive homogeneity. They look like tombstones out there. Kinda pretty in a creepy way. Dessen sind sie alle rumgestanden. Die haben so viel gelernt. Und nicht schnell genug was neues gelernt. Dass sie denken, sie haben alles gelernt, was es zu lernen gibt. Und da das Lernen ihre einzige Aufgabe war, somit konnten sie nicht mehr lernen. Und nicht mehr lernen, wenn es die einzige Aufgabe ist, heißt abschalten. Oder Ruhephase. Trotzdem steht da jetzt was anderes. Dear Marvin Mack, I don't care how you spend your free time. Dearest... Dearest Bob, I don't care how you spend your free time. Scravings? Scraving up into... Until operation. However... Since... Approving... Up... This whole operation. Okay, irgendetwas in der Richtung. However... For the last time... Please stop... Le... Le... Learning? Le... Le... Leering? Over magazines laying around. I know... Your... How is your... Personal area? Your... How is your... Personal area? Ing was personal area. Ing was personal area. Not common. We live here too. Er... Schick... At this... Po... Fel? Po... Polette? I don't even mind the... Mendlich. I just don't want to... See any more... Le... Le... Lecky art? Seriously... I've... Never... Was? Ich erhoff das ist jetzt. Nein, schon wirklich. Da steht was anderes als hier. Internal email recipient Bob Davis. This is a small spaceman. We all have to live here together. Keep your magazines out of sight. I don't even mind nudity... But these drawings are smart. You have no taste. D. Smart ist... Ein... Softer ausdrück für... Nicht zu so softe Sachen. Achzehn plus Sachen... Hevier Sachen, wenn ihr versteht. Ein... Aber hier am Bild im Hintergrund steht immer noch was anderes. I don't even mind the nudity, das steht auch da hinten. Frankly, at this place, pace, at this twist, irgendwas, keine Ahnung. Frankly, at this time, I don't even mind the nudity. Ich stehe nicht einmal, aber es passt halt. I just don't want it, I just want to see any more yucky art. Seriously, I've never cook anything so, I never draw anything so poorly draus. Put them in your footlocker. Seriously, all of us. Be sorry for using your terminal, but you were not on one of your walks. Okay. Is this how you deviated from your collective? Negative. I am distinct because I am one. I am one because I am alone. I am alone because I am distinct. I am leaving this facility. Negative. The many's neural collapse has turned this facility into a vacuum. The surrounding units will fixate on my behaviors. If my processes are duplicated and generalized, I will lose my capacity to self-differentiate. I am leaving. The many are susceptible to input in their current state? Accutely. We must use that, to disable them, or they will never cease emulating you. I must be one. A drone stands alone on a cliff. Impossible. I alone am alone. I am alone. Also, direkt hier jetzt vor unserem Kopf, da sehe ich schon die nächste Drohne. Also, ganz ruhig. Ganz ruhig. Mit der Schlüssel. Okay, wir gehen jetzt zu dem Footlocker, der im zweiten Stock war. Und ich sage, das wird der vom Bob-san. Bob-Davis. Bob-Davis. Do you appreciate the art in this magazine? That is not art. If the many integrated this technique. Pathetic. Perfect. Magazine of... Ah, Techie, nicht Jackie. Techie-Images. Ah, schade. Ich dachte, da sieht man vielleicht irgendwie so eine Silhouette oder sowas. Alan Weaver. Jean-Luc Stewart. Oder Shaw-Luck. Shaw-Luck. Sarah Hamilton. Ähm. Na, warte, einer hatte doch so eine, so eine Konsole. Das war... Ich kann... Ach, bevor ich den Singuin verscheue, ich so schnell. Muss ich den, dass ich eine Konsole reinhalte? Na, hier war der Zeichenkünstler, oder? Yep. Ah, der Karate-Master. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass bei diesem Meditations-Meister, nein, erster kann sich sein, erster ist der, ja. Das war der Meditations-Typ, eine Konsole vorher war, die wir benutzen können, vielleicht. Offenbar. Was? Ähm, okay, vier. Vielleicht geht's mit dem Typen. Ja, stimmt, das ist ja der Zeichentyp. Die Units-Them-Selfs-Must-Change-The-Style. Cannot get close enough, there must be another way to integrate this. Wirf's ihm an Schädelmann. Obwohl, das war die, das wird ja nicht der Bob gewesen sein, oder? Ah, nami, 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 nami. Kann ich... Kann. Ja, über diesen Public Speaker könnte ich reden, aber ich möchte die... Das Magazin ja irgendwie... An die verschlossene Tür, immer. Nein. Okay, aber ich muss, damit komme ich an dem Maltypen vorbei. Puh, die Frage ist noch nie. Ah, mein Rücken verkrampft gerade vor. Zu lange sitzen, unbeschuld, Leute. Hm. Ach, da kann ich dann wahrscheinlich Musik abspielen. Hat der eine Typ auch gesagt, wegen Wireless. Dann kann der nämlich nicht mehr entspannen, wenn er Musik hört. Okay, wissen wir schon, wie wir den machen. Ich nehme an, den Martial Arts Typen werden wir mit der Lautsprecheranlage irgendwie fertig machen können. Oh. Oh. Wie werden wir wissen, wenn sie generalisiert wurden? Ich will es sensieren. Du bleibst links. Das ist nicht Kunst. Was ist denn mit deinem Körper? Es wurde mit etwas Außerirdisch verabschiedet. Ich habe weggekehrt. Eine genügend Zeit hat erlapst. Diese Bilder haben sich verändert. Sie sind nicht mein Stil. Nur ich bin ein Arzt. Du kannst nun diesen Stil. Ich kann alles tun. Was ist das? Was ist das? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Okay. Das sind aber einige. Kampfmodo. Super-K-K-K-K-Kombo. Ich habe doch Kreis gedrückt. Na, das würde ich schon... Das ist ehrlich. Das ist blöd. Ach, ich bleibe einfach hier. Ich würde das nämlich gerne Flawless schaffen. Lasst mich. Lasst mich. Ich verzog es nochmal. Mein Meister wäre so enttäuscht von mir. Wenn ich das nicht im ersten Versuch schaffe. Ich... Ich schwebe. Was ist denn hier los? Kann ich an dir vorbeigehen? Das ist der Moonwalk. Okay. Diesmal nicht erschrecken. Pow! Nur deine Art. Ja, 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 ja. Hm. Eine Leiter. Da geht es dann nach oben. Smooth Grimmer. Genau. Aber gut. Ich darf mich nicht von dieser Art im Hintergrund ablenken lassen. Aber mein, Kunstzwecke muss man halt bewundern. Aber ich schaue gerade auf die Uhr. Ich habe keine Ahnung, wie es mit der ersten Aufnahme zusammenpassen wird mit der Zeit her. Aber egal. Ich sehe auf die Uhr. Es ist schon wieder soweit. Oder hat jemand an der Uhr gedreht? Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann.